Herzlich willkommen zu einer besonderen Körperreise, die dich auch in die energetische Wirklichkeit bringt. Und heute geht es wieder um die Haut. Und zwar um die Haut, dieses größte Organ deines Körpers, das ja zwei Funktionen erfüllt. Auf der einen Seite bietet es ja Schutz und Schild vor den Einwirkungen der Umwelt, wert das also ab, was von außen kommt. Und auf der anderen Seite ist es aber auch ein Spiegel, ein Spiegel von deinem Inneren, ein Spiegel deiner Seele, wo sich also quasi auch dann gewisse emotionale Themen wiederfinden und widerspiegeln. Und heute wollen wir diese beiden Aspekte der Haut einmal ehren. Wir wollen ein bisschen mit der Haut arbeiten. Und vor allem, wenn du eben Themen hast mit Ekzemen, mit Hautunreinheiten, Picken in jeder Art, kannst du diese Meditation natürlich machen und auch gerne wiederholen. Auch wenn du jetzt keine auffälligen Hautbilder hast, mach einfach mal die Meditation und schau mal, wo es dich hinbringt. Gut, dann schauen wir uns das einfach mal an. Du kannst gleich mal so die Augen schließen und gerne mal tief einatmen. Und wieder aus. Und tief einatmen und wieder aus. Und mit jedem Atemzug wirst du immer ruhiger und entspannter. Deine Arme werden schwer, angenehm schwer. Deine Beine werden schwer, angenehm schwer. Dein ganzer Körper wird immer schwerer und ruhiger. Du entspannst dich immer mehr und tiefer. Und jedes Nebengeräusch, das du jetzt noch hörst, bringt dich immer tiefer und tiefer in die Entspannung. Du wirst heute mit deiner Haut arbeiten. Und mach dir mal deine Haut bewusst, mach sie dir mal bewusst, wie sie rund um deinen Körper, wie sie quasi die äußere Grenze deines Daseins ist, deines physischen Daseins. Spür einfach mal ganz bewusst deine Haut. Nimm dir einfach mal wahr. Wie fühlt sie sich denn an? Hast du das Gefühl, dass sie sehr eisaktiv ist, fast entzunden? Hast du das Gefühl, dass sie vielleicht spröde ist oder trocken? Hast du das Gefühl, dass sie vielleicht zu fettig ist? Zu feucht. Wie fühlt sich deine Haut an? Versuch da mal ein Bild zu bekommen von deiner Haut. Einfach mal ein Gesamtbild. Vielleicht fällt dir eine Farbe zu deiner Haut an. Und dann spür mal nach, was diese Farbe für dich bedeutet. Gefällt sie dir oder findest du sie eher ein bisschen stressig? Niemand kennt natürlich auch deine Haut, deinen Körper so gut, wie du ihn kennst. Und wenn du jetzt Stellen hast an deinem Körper, wo dir etwas bei deiner Haut nicht passt, das kann von einer Cellulite angefangen sein über, wie gesagt, Eczeme, Entzündungen, Wunden. Geh einfach mal mit deinem Bewusstsein zu diesen Stellen hin. Vielleicht bist du zu dünnhäutig an diesen Stellen. Vielleicht bist du zu aufgekratzt an diesen Stellen. Aber geh einfach mal ganz bewusst zu diesen Stellen hin. Und es geht jetzt erst mal darum, die äußere Haut zu heilen. Also auch wenn da vielleicht Bilder sich auf deiner Haut zeigen, die aus deinem Inneren kommen und sich außen manifestieren, sodass du sie besser wahrnehmen kannst, geht es trotzdem zuerst mal um die äußerliche Heilung der Haut, um die physische, äußerliche Heilung der Haut. Und dass diese Heilung einmal stattfinden kann, bittest du jetzt mal die geistige Welt um Unterstützung und um Hilfe, dass du genau die Frequenzen bekommst, dass genau die Frequenzen in dich einfließen dürfen, die du benötigst, dass sich deine Haut regeneriert. Regeneration und Heilung für meine Haut. Und atme einfach mal tief ein und wieder aus. Und erlaube dir nun mal, diese Heilungsfrequenzen wahrzunehmen. Und das ist, als würden sich unendlich viele Lichter rund um dich manifestieren, fast wie ein Sternenhimmel. Und von diesen Lichtern strahlen nun in unterschiedlichen Frequenzen unterschiedliche Körperstellen, einfach Heilfrequenz. Egal wo du Themen hast mit deiner Haut, dort fließt jetzt diese Heilungsfrequenz ein und löst einmal die äußeren Themen, die sich auf deiner Haut manifestieren. Das heißt, deine Haut wird optimal versorgt und regeneriert sich. Gleichzeitig werden Giftstoffe und alles Belastende von deiner Haut abgesaugt. Also Heilung fließt ein, Belastung fließt aus. und spür einfach mal, wie sich deine Haut wirklich weitet, wie sie weicher wird, wie sie ihre Spannkraft wieder zurückbekommt. Und diese Heilungsfrequenzen fließen jetzt ein. Auch wenn du jetzt mental weitergehst, diese Heilungsfrequenzen fließen jetzt ein. Du bist jetzt in einem Heilungsfeld für deine äußere Haut, für alles, was sich da manifestiert. Und nun gibt es ja auch noch andere Sprichwörter wie ich fühle mich nicht wohl in meiner Haut oder es ist mir zum Aus-der-Haut-Fahren. Und das ist so diese innere seelische Komponente deiner Haut, wo deine Haut als Spiegel fungiert. Und auch diese innere seelische Komponente darf nun behandelt werden, darf nun berührt werden. darf nun geöffnet werden, um sich zu heilen. Und zuallererst muss eine Öffnung erzeugt werden. Und diese Öffnung geschieht heute in dem Licht der Vergebung. Vergebe mir, ich vergebe anderen. Also du vergibst dir und du vergibst auch anderen. Und in diesem Licht der Vergebung öffnet sich jetzt ein Weg der geistigen Welt in deine Seelenkraft. Und da wird jetzt innerlich auch Stress abgesaugt, Erschöpfung abgesaugt, vielleicht auch Trauer abgesaugt. Übernommene, belastende Gefühle und Gedanken werden da jetzt abgesaugt und gereinigt. Und während sich so deine Seelenebene reinigt und klärt, fließt da Heilung und bedingungslose Liebe ein, Hingabe, Weichheit und Vertrauen. Und Enttäuschungen dürfen sich lösen und transformieren. Enttäuschungen dürfen sich lösen und werden transformiert. Vor allem emotionaler Selbstboykott und innere Anspannung dürfen nun gereinigt werden. Emotionaler Selbstboykott und innere Anspannung dürfen sich jetzt reinigen. Auch das Thema Verausgabung wird jetzt angesprochen von der geistigen Welt. Und dort, wo du dich verausgabst, energetisch verausgabst, und dort, wo diese Verausgabung auch in deinem Gesicht, in deiner Haut sichtbar wird, auch das wird jetzt transformiert. Verausgabung löst sich und transformiert sich. Verausgabung löst sich und erlaube dir jetzt noch mal und erlaube dir jetzt noch mal so den Stress, die Anspannungen, Anstrengungen, alles, was sich auf deiner Haut widerspiegelt von innen, dass sich das jetzt löst. In deinem Körper fließt Klarheit, Struktur, Stabilität und Reinigung ein. Klarheit, Struktur, Stabilität und Reinigung. Stabilität und Reinigung. Erlaube dir noch mal die Frequenz, Heilung annehmen und zulassen, in dich einfließen zu lassen. Heilung annehmen und zulassen fließt in dich ein. Fließt in dein Bewusstsein ein und verankert sich ganz tief in dir, sodass Erschöpftheit, Schwäche und Unsicherheit sich löst. Etwas, was deine Haut auch überhaupt nicht brauchen kann, ist ein überfüllter Kopf, ein übervoller Geist. Und nun wird auch aus deinem übervollen Kopf, aus deinem übervollen Geist alles abgesaugt, was deine Haut überfordert. Also alle stressigen Gedanken, alles Chaos, überall wo du zu viele Türen womöglich mental aufmachst, die werden geschlossen und nur das, was für dich wichtig ist, auf was du dich fokussieren kannst, was du auch leicht für dich nehmen und leben kannst. All das bleibt und alles andere wird abgesaugt. und jetzt atmest du mal tief ein und wieder aus und spürst mal, was sich so tut bei deiner Haut, wie sich die anfühlt. jegliche innere Schwäche, die sich auf deiner Haut widerspiegelt, wird auch nochmal abgesaugt. Jegliche innere Überreiztheit, Anspannung, Wut wird jetzt abgesaugt. und du spürst, dass du dich erdest und du spürst auch, dass deine Haut sich reinigt. Hautunreinheiten werden abgesaugt, fallen von dir ab und du spürst, dass du in dir friedvoller, breier und immer klarer wirst. Du spürst, wie diese Heilung jetzt wirklich äußerlich und innerlich, also deine innere Energie ist gereinigt und so irritiert nichts mehr deine Haut und auch von außen sind alle Reizungen gelöst und gereinigt und nichts mehr irritiert deine Haut. Und du spürst, dass du absolut klar bist, absolut stabil wirst und wie ein tiefer Frieden durch dich hindurch fließt und du merkst jetzt, wie deine Haut in einer Heilungsfrequenz, in Gold oder auch in Grün erstrahlt und du spürst die Erdung, das Zentriertsein, die Verankerung, wie du in die Mitte gekommen bist. alte Erscheinungsbilder transformieren sich jetzt. Dort, wo du dich sehr über deine Haut geärgert hast oder womöglich auch geschämt hast für deine Haut, diese Schamgefühle, Ärger, diese Traurigkeit, all das wird jetzt noch mal transformiert und du spürst, wie du immer mehr in Frieden und Zufriedenheit, in Klarheit und Flexibilität und Spannkraft kommst. und du atmest noch mal tief ein und wieder aus und fühlst jetzt noch mal nach und dann bedankst du dich bei der geistigen Welt, bei deinen Helfern und Führern für die Unterstützung und du erlaubst dir auch genau in deinem Tempo wieder ins Hier und Jetzt, in diese Zeit, in diesen Raum zurückzukommen. Die Heilung fließt einfach noch weiter zu deiner Haut sowohl zur äußeren Haut, zum Schutzschild als auch zum Inneren, dem Spiegel deiner Seele. Und bedanke dich jetzt noch mal. Dann bewegst du mal deine Arme und Beine, streckst dich durch und kommst dann genau in dem Tempo, wie es für dich passt, ins Hier und Jetzt, in diese Zeit, in diesen Raum zurück. Bewegst deine Arme und Beine noch mal, fühlst noch mal nach, bedankst dich noch mal bei der geistigen Welt, verabschiedest dich bei der geistigen Welt und dann öffnest du deine Augen und kommst ganz ins Hier und Jetzt, in diese Zeit, in diesen Raum zurück. Wie ist es dir denn gegangen? Was hat sich denn bei dir getan? Ich bin schon gespannt auf deine Kommentare, schreib sie mir gerne rein und ja, das war jetzt mal so eine energetische Arbeit mit deiner Haut, beobacht das einfach mal, wenn du das Gefühl hast, du möchtest das noch mal machen, hörst dir einfach gerne noch mal an die Meditation, wart vielleicht ein, zwei Tage oder so damit, einfach nach Gespür und du kannst das natürlich auch gerne wiederholen, wenn du das Gefühl hast, okay, ich möchte da noch mal nachlegen und sonst kannst du natürlich auch mit dir selbst, mit diesen Bildern arbeiten, ohne diese Anleitung. Gut, ich wünsche dir alles Gute, eine gute Regeneration, gute Erfolge und ich hoffe, wir sehen uns demnächst wieder. Lass mir gerne einen Daumen hoch da, abonnier den Kanal. Bis nächstes Mal aus dem wunderschönen Linz, dein Oliver Ereni. Tschüss. Untertitelung des ZDF, Untertitelung des ZDF,